I'm really saddi, absolutely! The ain't no way away anymore! Es wird nie mehr so verh Лиц ours war wo warte s dobrze!! Ich habe die Damen und Herren wie der Entschute! Ja, so kriegt das nie einen Mann, so will er nichts! Hat jemand Angst? Hallo, ihr solltet Angst haben! Hier sitzt eine Frau am Steuer. Gebrauchsamweise lese ich nie. Das einzige, was ich ab und zu mal lese, ist eine In-Style, no? Bist doch Bescheid. Achtung, fertig, lehnt euch zurück, entspannt euch. Wir starten die Massagesitze. Aber seid froh, dass er nur an dieser Stelle piekt und nicht woanders. Schattet ganz andere Ideen. Jetzt geht's los! Herzlich willkommen, 40 Meter hoch über Düsseldorf! Wir machen erst mal ganz gemütlich. Achtung, ein Kennenlernründchen. Arrivo, muchachos! Achtung, fertig! Achtung, fertig! Viva Losberg! Viva Losberg! Viva Losberg! Viva Losberg! Das isch! Der Weg geht nicht leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Achtung, ist die Wimperntusche verlaufen. Hör mal, wenn man zur Kirmes geht, dann nimmt man keine Wimperntusche und keinen Kajal. Dann nimmt man ein Edding, das hält bis Weihnachten. Nee, manchmal auch nur länger. Dann wollen wir mal vorsehen am Highway. Achtung, fertig, jetzt geht's los! Ganz spontan, wir tanzen ein Ründchen Macarino! Wenn das noch niemand kann. Erik ansonsten tanzt du vor. Und dann die Dame aus Hawaii. Grüezi. Ja und dann die Dame aus Hawaii. Warten die Dame aus Hawaii. Die Dame sind nicht gleich zusammen. Drei und debe in die Dame ist hier. Das ist ganz schön. Das ist so wichtig. Herr Schrupp ist hier. Wann ist die Dame und ich denke? Da ist die Dame aufvas. Klar, wir sind alle von der Leckstraße. Ich bin mit dem Samstag. Ja, wir sind mit mir. Wir sind mit kündig. Ja, ja, ich weiß wie ihr euch jetzt da oben fühlt, ich weiß es, ich weiß wie das ist, wenn man plötzlich merkt, dass man einen Fehler gemacht hat. Ich kenne das Gefühl ganz genau, ich hatte es damals, als ich geheiratet habe. Das mit dem Heiraten habe ich schon lange wieder rückgängig gemeint, aber für euch gilt No way out anymore, the point of no return, oder besser gesagt, shit happens. Dann wollen wir mal auf, an und an und höre, if you're ready, ready, do it. Ich hab den Hangover, oh, back to the Venice, ihr habt es geschafft, ich danke euch. Na vorne bitte geht's, wieder raus, wieder vorne ist der Ausstieg, vorne bitte geht's los. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle, hauptet gut. Wer noch laufen gegangen, begibt sich bitte zu den Hausgängen. Dankeschön.